Worauf stehen Jungs beim Mädchen? Ich habe euch in meiner Instagram-Store gefragt und ihr habt fleißig darauf geantwortet. Wenn sie einen ranziehen und einfach kissen. Ich glaube, für Jungs muss es auch ein richtig schönes Gefühl sein, ebenso wie beim Mädchen. Wenn man einfach so wertgeschätzt wird und einfach so geküsst wird. Ein Mädchen, das weiß, was sie will und keine Toxic-Spiele spielt. Wer will schon eine toxische Beziehung? Also deshalb, bitte spielt keine toxischen Spiele. Wenn sie Augenkontakt halten können. Augenkontakt hat immer was, oder? Wenn man sie als Junge beschützen kann, habt ihr noch geschrieben. Ist es so, mögt ihr lieber schüchterne Mädchen oder mögt ihr lieber selbstbewusstere Mädchen? Falls ihr es noch nicht macht, folgt mir übrigens gern, um nichts mehr zu verpassen. Wenn sie intelligent ist und Humor hat, ich glaube, es schadet nicht, beides davon zu haben. Wenn sie sagen, was sie wollen. Und wenn sie kuscheln wollen. Noch ein Geheimtipp für euch ist übrigens in meinem neuen YouTube-Video.